Das sind die Themen. Unfassbar, deutsche Comedians und Politiker freuen sich über das Attentat auf Donald Trump. Neues Video aufgetaucht, Trumps Attentäter in der Werbung von BlackRock zu sehen. Und die Ziele des neuen iranischen Präsidenten, Unterstützung für Hamas und Eroberung Jerusalems. Und damit Shalom und herzlich willkommen zu den Inside News. Wir fangen zunächst einmal in Deutschland an, genauer gesagt beim Virologen Christian Drosten, denn dass einiges während den Corona-Maßnahmen schiefgelaufen ist und einige sich auch bereits entschuldigt haben, so scheint der Virologe keinen Grund zu sehen, irgendwie Buße zu tun oder sich zu entschuldigen. Und das sagt schon alles über seinen Charakter. So wurde berichtet am 12. Juli. Virologe Drosten, ich muss niemanden um Verzeihung bitten. Angesichts der aktuellen Debatte um eine Aufarbeitung der Pandemie, hat der Virologe und Corona-Erklärer Christian Drosten seine damalige Tätigkeit als Berater verteidigt. Er sehe keinen Anlass, um Verzeihung zu bitten, erklärte Drosten auf die entsprechende Frage im Politik-Podcast Gaia und Niesmann des Redaktionsnetzwerks Deutschland RND. Also, er hat alles richtig gemacht, keine Fehler gemacht, alles perfekt und es gibt überhaupt keinen Grund, irgendwie Buße zu tun oder sich bei irgendjemandem für irgendwas zu entschuldigen. Gut, das ist natürlich auch wiederum ein Armutszeugnis. Zwei Personen, die ebenfalls sich wahrscheinlich für das, was sie geäußert haben, sich nicht entschuldigen werden. Schauen wir uns jetzt mal an. Wir fangen an bei dem Comedian Florian Schröder. Da heißt es in einem Artikel vom 15. Juni, Denn wir dürfen nicht vergessen, Donald Trump hat Frauen und Kinder und nicht nur ein Kind und sein Sohn war mittendrin auch in dem Tumult und hat gesehen, wie sein Vater, Donald Trump, da angeschossen wurde. Und dann zu sagen, schade, dass es nicht geklappt hat, dass er komplett erschossen wurde, das ist nicht witzig, das ist schon satanisch und dass man ihn überhaupt als Comedian noch bezeichnet, ist sowieso ein Armutszeugnis wiederum für Deutschland. Kommen wir damit zu einem Politiker der SPD und der hat ähnliches geäußert. Am 14.07. wurde berichtet, Schleswig-Holstein. Faschisten wegspringen, fand er immer gut. SPD-Politiker feiert Attentat auf Trump. Maximilian Reimers, SPD-Kommunalpolitiker, lobt den Angriff auf Donald Trump und stellt eine Parallele zum Attentat Staufenbergs auf Hitler her. Er kritisierte, dass nicht alle politischen Lager diesen Akt ebenso feiern, wie sie das Hitler-Attentat bejubeln. Ja, der Mann lebt auch irgendwie in irgendeinem merkwürdigen satanischen Phantasialand, dass er das feiert, dass dieses Attentat stattgefunden hat. Aber traurig ist, dass es nicht gänzlich dazu gekommen ist, dass es sehr erfolgreich gewesen ist aus seiner Sicht. Also wenn dieser Mann bei der SPD bleibt und nicht da rausgeschmissen wird, dann sagt er schon alles über die SPD. Dann ist es nicht mehr die sozialpädagogische oder soziale Partei Deutschlands oder was auch immer SPD da heißt, sondern eher die satanische Partei Deutschlands. Also da muss man den Mann auf jeden Fall rauswerfen. Der hat nichts an der Politik zu tun. Aber schauen wir uns an, was ist das Bild von Gott? Freut sich Gott, wenn zum Beispiel solche gottlosen Comedians irgendwie sterben? Und wenn man sich freut darüber, dass einer fast erschossen wurde, egal ob man jetzt seiner Politik, ob man jetzt fern von seiner Politik oder von ihm als Mensch ist, dann mal dahingestellt, aber sich zu freuen darüber, das ist nicht christlich, biblisch, das ist dämonisch und satanisch und Gott freut sich nicht am Tod von Gottlosen. Und Donald Trump, natürlich Gott entscheidet, ob er Christ ist oder nicht, aber zumindest tut er oft die Bibel zitieren bzw. Werbung machen für Jesus, für die Bibel. Und das kann man von diesen dämonischen Comedians und Politikern da nicht behaupten. Kommen wir aber mal zum Attentat, denn weil das geschehen ist, es gibt keinen Grund zur Freude, denn ein Mensch ist bei diesem Attentat gestorben. Wir schauen uns einen Artikel an vom 14.07., da heißt es Ex-Feuerwehrchef, Opfer des Trump-Attentäters. Corey, 50 Jahre, beschützt seine Tochter vor den Schüssen. Sein eigentliches Ziel verfehlte Attentäter Thomas Crooks nur knapp. Doch ein unschuldiger Zuschauer des Wahlkampfauftritts von Ex-Präsident Donald Trump kam durch seine Schüsse ums Leben. Josh Shapiro, der Gouverneur des Bundesstaates Pennsylvania, identifizierte das Opfer am Sonntagnachmittag. Demnach handelte es sich um Corey Comparator, einen ehemaligen Feuerwehrchef. Shapiro erklärte, Comparator sei als Zelt gestorben. Seine Ehefrau hat mir gesagt, dass er sich auf seine Familie geworfen hat, als die Schüsse gefallen sind. Ja, und wie kann man sich dann darüber freuen, wenn irgendein Politiker oder ein Comedian sagt, er freue sich, dass dieses Attentat irgendwie überhaupt stattgefunden hat? Dann bedeutet das gleichzeitig auch, dass er sich freut, der Politiker der SPD oder der Comedian Schröder da, dass hier ein Mann an Unschuldiger ums Leben gekommen ist. Da sehen wir schon mal, wie verrückt die Medien und der ein oder andere Politiker in diesem verrückten Land wirklich geworden sind. Aber kommen wir nochmal zum Attentäter zu sprechen. Denn über Thomas Crooks wird Folgendes berichtet, dass ein Werbematerial der BlackRock aufgetaucht. Da heißt es, neue Bilder von Donald Trumps versuchtem Attentäter sind aufgetaucht, die den Schützen bei seinem Highschool-Abschluss vor zwei Jahren zeigen. Denn er ist ja nur 20 Jahre. Thomas Matthew Crooks wurde von Scharfschützen der Secret Service neutralisiert. Crooks schien auch in einer Videowerbung zu sehen, die an der Battle Park Highschool für BlackRock gedreht wurde. In dem kurzen Clip scheint Crook zusammen mit mehreren seiner Kommilitonen an einem Tisch in einem Klassenzimmer zu sitzen. Und hier sehen wir ein Bild, ein Ausschnitt aus dieser Werbung von BlackRock, bei der auch der Attentäter von Donald Trump zu sehen ist. Manche Zufälle, die lassen sich gar nicht in Worte schreiben. Aber was auch immer der Mann da verloren hat, ist wiederum eine andere Frage. Aber hier sehen wir auf jeden Fall diesen Attentäter. Ein kleiner Harry Potter. So sieht er jedenfalls aus. Und ja, er wird sich am Ende noch bei dem Richter, bei Gott, bei Jesus für seine Tat rechtfertigen. Bevor wir nochmal zum Iran kommen und auch nach Russland, geben wir aber selbst kurz ab in eine bessere Werbung. Kennen Sie das? Sie haben jahrelang eine Partei gewählt, aber wurden von den Lügen und leeren Versprechen der Politiker bitter enttäuscht? Sie haben am Ende des Monats kaum Geld mehr übrig und müssen sogar Flaschen sammeln? Sie sind jetzt im hohen Alter und haben es trotzdem nicht geschafft, ein Eigenheim zu finanzieren? Wir haben die Lösung. Jesus wird sie niemals belügen und halten, was er verspricht. Jesus schenkt ihnen das ewige Leben und zwar völlig kostenlos. Jesus hat nicht nur ein Haus für sie gebaut, sondern eine ganze Stadt, nämlich das neue Jerusalem. Darum zögern sie nicht und wählen sie Jesus Christus. Kennen sie das? Sie freuen sich über die Komplimente von Männern, weil sie sich in ihren Videos halbnackt auf TikTok, YouTube oder Onlyfans präsentieren? Wir sagen ihnen, das ist kein Grund zur Freude. Denn die Bibel prophezeite, dass die Menschen der Endzeit sich selbst mehr lieben werden als Gott. Doch wir haben eine Lösung für sie. Verlassen sie Sodom und Gomorra und buchen sie ihr Ticket ins Reich Gottes noch heute. Kleiden sie sich biblisch und lieben sie sich nicht selbst oder die Komplimente von Männern, sondern lieben sie Gott mehr als die Menschen und folgen sie allein Jesus Christus. Ja und ich sag's immer wieder, die beste Werbung, die man machen kann, ist keine Werbung für Blackrock oder sonst was, sondern Werbung für Jesus Christus, Werbung für die Wahrheit, Werbung für die Bibel. Denn kein Politiker und keine Partei wird in der Endzeit, in der Drangsal uns beschützen können, sondern allein Gott durch Jesus Christus. Kommen wir damit in den Iran. Da gibt es ja inzwischen einen neuen iranischen Präsidenten und wir schauen uns mal an, ob der irgendwie anders drauf ist wie Präsident Raisi, der ja, weil er Israel verflucht hat, mit dem Helikopter abgestürzt ist. Und die Bibel sagt ja, wer Israel verflucht, wird verflucht, wer Israel segnet, wird gesegnet. Donald Trump segnet Israel, ist knapp vorbeigekommen, den Tod entronnen, dem Schuss verfehlt und Ibrahim Raisi abgestürzt mit dem Helikopter. Also da muss man aufpassen, auf welcher Seite man steht. Jedenfalls wird berichtet am 11. Juli. Auch Irans neuer Präsident versichert Terrormiliz Hamas seine Unterstützung. Er schreibt in einem Brief. Also er ist auf jeden Fall der Meinung, man muss die Hamas bis zum Netzen unterstützen, damit man das Ziel erreicht, nämlich Al-Quds von den Juden zu befreien. Aber wir wissen, was die Bibel sagt. Gott hat Jerusalem den Juden gegeben und am Ende wird es ihnen wieder gehören. Das ist jetzt der Fall und das wird für immer und ewig dann der Fall sein. Ob es jetzt den Monaster gefällt oder nicht, das interessiert ja Gott nicht und das sollte uns auch als Christ nicht interessieren. Uns interessiert nur, was in der Heiligen Schrift der Bibel geschrieben steht. Und die NATO hat ja mittlerweile auch weitere Kampfjets sogar an die Ukraine geliefert. Und da schauen wir uns mal an, wie man in Russland darauf reagiert. Wir schauen uns an, was der Kreml-Sprecher Dimitri Peskov sagte. Am 15.07. wurde berichtet, Putin Scherge droht Europa mit Angreifen. Kreml-Sprecher Dimitri Peskov sagte laut der Nachrichtenagentur TASS, wir haben schon bestimmte Ziele in Europa für unsere Raketen identifiziert, sagte er der Nachrichtenagentur zufolge. Die Hauptstädte dieser europäischen Länder sind unter den potenziellen Opfern, hieß es weiter. Man hat also in Russland bereits die Hauptstädte Europas im Visier, damit die Raketen dort auch einschlagen. Das heißt Berlin und Paris und London und so weiter und so fort. Und dass dann noch einige Influencer des Kremls in Deutschland immer noch Werbung für Putin und Russland machen, ist eine unfassbare Schande. Das sind keine Patrioten, das sind Vaterlandsverräter. Aber gut, wer heute da immer noch irgendwie auf den Dampfer glaubt, ist und sagt, Putin wird uns alle retten, der hat auch nicht mehr alle Latten am Zaun. Da kann ich auch eine gute Besserung wünschen. Und dass er die Rückverkarte aus seinem geistigen Irrenhaus und Phantasialand wiederfindet. Denn am Ende, wie gesagt, wird uns auch kein Putin retten, auch kein Trump. Wir werden gerettet durch Jesus Christus, unserem Herrn. Darauf vertrauen wir und nicht auf Politiker oder auf Parteien. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video. Abonniert und unterstützt gerne den Kanal. Vielen Dank an alle, die das tun. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel, fragen Sie Gott den Schöpfer um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Der König Israel, der Richter der Welt, der Sohn des Allmächtigen Gottes, Jesus Christus. Amen und gute Besserung. Gottes Segen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!